Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gelesen. Es gibt heute wieder eine Reaction, beziehungsweise wir werden uns heute einen Track anhören von einem Duo-Producer-Team. Den Namen habe ich euch wahrscheinlich auch schon in die Videobeschreibung oder beziehungsweise in den Titel reingeschrieben. Und zwar geht es um Rob und Chris. Die haben einen neuen Track vor fünf Tagen rausgebracht. Ich weiß, ich bin wieder ein bisschen spät. Aber, Freunde, ich würde sagen, wir schauen oder hören uns heute zusammen diesen Track an. Bevor wir damit starten, kurze Story. Ich weiß nicht, ob ihr oder ob jemand von euch Rob und Chris kennt. Ich habe vor... Gott, wie alt bin ich denn jetzt? Vor acht Jahren, beziehungsweise wo ich 16, 17 oder 18 war, haben die mich in meiner Club-Zeit, also wo ich selber zum Feiern gegangen bin, begleitet, sage ich mal. Und zwar haben die ein paar bekannte Tracks wie Superheld, 150 Beats, Zeitmaschine. Dann gab es noch Mond, der sehr, sehr geil war. Die ganzen Tracks, was die veröffentlicht haben, waren mit deutschen Lyrics, also mit deutschen Songtexten produziert, beziehungsweise mit deutschen Sängern. Der beste Song von denen fand ich einfach Mond und Superheld. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wer von euch Rob und Chris kennt. Die haben jetzt längere Zeit wieder nichts rausgebracht, beziehungsweise ab und zu mal ein Remix. Die waren früher, also wo ich die damals gehört habe, so mit 16, 17, 18, waren die ziemlich erfolgreich mit den ganzen Tracks. Ihr könnt euch die gerne mal anhören. Ich verlinke euch, wenn ich es wieder nicht vergessen sollte, den Channel oder die Songs unten in der Videobeschreibung. Und heute haben sie, wie gesagt, oder vor fünf Tagen, haben sie einen Track rausgebracht, den wir uns heute anhören werden. Und zwar, ganz komischer Name, und zwar Körperzellenrock. Also ich muss ehrlich sagen, Freunde, ich habe die damals gefeiert. Ich finde die Remixe oder Tracks eigentlich ganz gut. Das meiste, was mir daran gefällt, ist eigentlich der Drop, weil die immer schöne Kick haben, schönen Bass und schönen Synthesizer. Und ich bin mal gespannt, was sie dieses Mal rausgebracht haben. Sie haben zwei Versionen rausgebracht. Einmal den Original-Mix, also wahrscheinlich einen Club-Mix und einen Schlager-Mix. Den werden wir uns heute nicht anhören, den könnt ihr euch selber anhören, wenn ihr Bock habt. Weil ich kann mit Schlager leider gar nichts anfangen, außer es ist Wiesnzeit, also Volksfest oder Wiesnzeit. Dann geht das schon. Aber so jetzt privat oder in dem Club vermeide ich das Ganze, weil es ist einfach nicht meine Musikrichtung. Und ich habe jetzt genug geredet, Kopfhörer sind am Start. Wenn wir uns mal das Thumbnail anschauen, muss ich sagen, null Zeit investiert, kein hochwertiges Thumbnail, sondern einfach nur vom Video und Screenshot reingepackt. Okay, Klicks sind jetzt auch nicht so überragend. Haben zwar immerhin mehr als meine Videos, aber wie gesagt, früher waren sie sehr, sehr erfolgreich. Jetzt lassen sie ein bisschen nach. Schade eigentlich, weil ich fand die eigentlich ziemlich geil. Wir gehen rein, ich bin echt gespannt. Und ich hoffe, es wird wahrscheinlich eh wieder ein deutscher Songtext sein oder deutsche Lyrics geben. Ich bin mal gespannt, wie das Video ist. Machen wir mal Vollbild und let's go. Radiozelle. Wir fangen an und wir starten jetzt voll durch hier nach dem geheimnisvollen Geräusch mit... Wer kennt von euch Udo Bödenstrup? Habe ich noch nie gehört. Also den Künstler kenne ich nicht mal. Ist das ein Sänger oder ist das auch ein Produzent? Keine Ahnung. Zelle von Udo Bödenstrup und es knallt. Es verspreche. Ah, okay. Hat sie schon erledigt, Freunde. Jede Zelle meines Körpers. Okay, da muss ich schon stoppen. Das wird wahrscheinlich... No hate, Freunde. Aber das wird wahrscheinlich... So ein schlechter... So ein schlechter Song. Ich freue mich wieder auf den Drop. Aber den Text, wenn ich das jetzt schon höre, der wird sich ungefähr 5 Millionen mal wiederholen. Leute, wenn ihr mal in die Sonnenbrille schaut, seht ihr auch den Kameramann. Also... Ja, Skills sind auf jeden Fall nicht am Start. Ist jetzt aber kein Hate, sondern fällt mir zu auf und ist auch meine persönliche Meinung wieder. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja, hören wir mal weiter. Also hier Rob oder Chris, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die zwei Kollegen. Das ist Udo Bödenstrup. Ja, läuft bei denen her. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Körperzelle fühlt sich wohl. Jede Zelle an jeder Stelle. Jede Zelle ist voll gut drauf. Da krieg ich schon wieder's Kotzen. Freunde, da krieg ich's Kotzen. Wenn ihr mal die anderen Tracks, von denen ihr anhört... Junge, die waren so geil. Auch wenn's deutsche Songtexte waren. Die fand ich tausendmal geiler. Da würde ich jetzt direkt schon wegklicken. Aber, ich zieh's jetzt durch. Das Lustige ist, die haben das sogar in 4K aufgenommen. Warum? Jede Zelle an jeder Stelle. Jede Zelle ist voll gut drauf. Achtung, die Bügel schließen. Und wir starten mit Zelle, baby. Jetzt geh's los hier. Okay, der Drop wird geil. Der Drop wird wieder fetzig. Das wär wieder was für'n Club. Aber nicht mit dem Text. Sag ich doch. Geiler Beat wieder. Das ist halt Rob und Chris. Aber am Text hätten sie was machen können. Ah, regt mich das auf. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Okay, Drohnenaufnahmen sind auch am Start. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also der Drop gefällt mir, ist groovy, kommt bestimmt auch im Club gut rüber, aber wie gesagt nicht mit dem Text. Taugt mir gar nicht. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung schreiben, eure Meinung in die Kommentare schreiben, aber der Text ist für mich einfach ein No-Go. Jetzt habe ich mich verschluckt. Oh ja, Baby, Baby, Baby. Baby, spürst du meine Zelle an der einen Stelle? Ich nehme dich nochmal in den Armen, hör mir zu was ich erzähle. Komm, wir drehen noch eine Runde mit den Bitches und dem... Autotune ist auch am Start. Boys, und wir singen noch eine Runde dieses Lied. Ich bin mal gespannt auf die Bilanz von Likes und Dislikes und die Kommentare. Also ich gebe keine Bewertung ab, mache ich einfach jetzt nicht. Ich weiß nicht. Ach, warum? Und wir starten mit Zelle, Baby, jetzt geht's los hier und Abschuss! Okay, Special Effects sind auch am Start, Freunde. So was habe ich noch nie gesehen. Okay, das wurde auch in der Corona-Zeit anscheinend gedreht. Man sieht's hier, Masken sind schon am Start. Warum gibt's eine Umarmung? Ich hoffe, das hat die Bild-Zeitung nicht gesehen. Okay, Freunde, ähm... Oh, die Bilanz. So, also, das war's jetzt mit Körperzellen-Rock. Meine persönliche Meinung, Drop gefällt mir, der Rest einfach nicht. Ist leider so, ihr könnt mir, wie gesagt, gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Bewertung, 201 Likes, 29, sag ich schon, 79 Dislikes. Gut, ich habe auch schon auf einem Video mehr Dislikes als Likes. Aber ich, äh, bin enttäuscht. Rob und Chris, die haben damals so geile Musik produziert, die ich echt gefeiert hab. Ähm, das war auch damals voll der Ohrwurm, zum Beispiel Superheld oder Mond. Höre ich jetzt sogar noch im Auto, also ab und zu. Ähm, aber der Track, no. No way. So, ähm, jetzt schauen wir kurz, was hier in der Beschreibung ist. Also, man kann den Track kaufen, Facebook, Instagram, bla, bla, bla. Schaustellerbereich, ähm, was? Tecklenburger Land, okay. Dann haben wir, ja gut, Video, Rob und Chris, Videos, Artland Studios, kenne ich nicht. Kommentare, sehr witzig und gleichzeitig die ganze Lelele-Typen auf der Schippe genommen. Nice, Udo. Und auch hier bis auf den Mittelteil echt okay. Bei mir ist es genau andersrum. Mir taugt der Mittelteil, also die Drops. Ähm, und nicht der Songtext. Ähm, der Capital Bra Part ist mega. Also, das war das mit dem, mit dem... Moment, wir können ja mal kurz reinhören. Wo war denn das? Hier. Und das meint er mit Capital Bra, oder Capital Bra. Ähm, wie keiner Humor hat. Hammer, gute Laune. Hier. Uff. Das erste Mal, dass ich bei Rob und Chris von Müll rede. Also, wie gesagt, vielen gefällt's. Mir persönlich jetzt nicht so außer dem Drop. Ich kann euch gerne mal, und ich zeige euch mal kurz, was mir richtig gut gefällt. Ich hoffe, ich kriege jetzt kein, äh, kein, kein... Strike, oder wie man das sagt. Das ist Rob und Chris. Also, Klassiker, Freunde. Das ist, äh, das sind für mich geile Vocals. Zumindest deutsche Vocals. So, das war's jetzt auch von mir, Freunde. Ähm, ich hoffe, euch hat's gefallen. Gerne eure Meinung, wie gesagt, in die Kommentare schreiben. Wenn ich's nicht vergesse, verlinke ich euch das Ganze mal, ähm, in die Beschreibung. Dann könnt ihr euch auch den Schlagermix anhören. Wir sehen uns, äh, zum nächsten Video. Ich werde demnächst jetzt endlich mal wieder einen Livestream starten. Deswegen folgt mir auch auf Instagram. Da werde ich das Ganze ankündigen. In diesem Sinne, ciao, Leute. Haut rein. Peace. Peace.